Und damit herzlich willkommen zu Folge 9 von Let's Play Retro Condemned Criminal Origins. Und ja, Entschuldigung, dass die Folge vorn dran leider keinen Ton mehr hat. Ich kann sie nicht wiederherstellen und leider habe ich ein paar Sekunden, bevor ich es gemerkt habe, den Speicherstand überschrieben. Also, naja, wir müssen jetzt wohl damit mit dem Verklar kommen, was wir haben. Und wir haben jetzt hier wenigstens der Cutscene getriggert. Okay, 8 Jahre ago put the kid and the teacher at the same school in 1997. Here it is. Aber man kann ja wenigstens mitlesen, was gesagt wird. Und, ähm... Ihr habt ja das gehört, was ich gesagt habe, also... Hat den nicht so viel verpasst, außer gestöhne und geschieße. Er hat den nicht so viel verpasst, außer gestöhne und geschieße. St. Josephs Secondary auf Nord-East 52nd in Fremont. Es hat seit fünf Jahren geöffnet, und kein Wunder. Das ist eine der schlimmsten Parten der Stadt. Christ, die Kampfer haben es nur für Jahre lang zu lassen lassen. Und was ist das Fakulte? Es ist nicht eine Liste, nur eine Liste von Namen. Ich nehme sie zurück zum Labor und sehe, was ich finden kann. Dann haben wir eine viel bessere Waffe erhalten. Ich verstehe, was ich das? B****! So, und was ist das andere? Ein Nagelbritt. Okay. Damit haben wir dieses Kapitel auch gerade noch abgeschlossen. Das hätte ich dann doch noch können in der letzten Folge machen, aber okay. Dann hätten wir doch später erst wieder Ton gehabt, aber so ist es auch okay. So, Bericht, interner Bericht Nummer 283. Mutmaßlich, so schön in Anführungsstrichen gesetzt. Also, nur weil es unsere Dienstwaffe war... Das ist ja nur ein Indiz, kein Beweis. Vor allem mit den Beweisen, die wir ihr ja geschickt haben, müsste man zumindest jetzt... Ach, ja. Klar. Coincidence? Ich weiß nicht, was dein Spiel ist hier, Van Horn, aber ich habe einen Job zu tun. Wenn Sie mich entschuldigen. Dann holen wir uns ein Nagelbrett. Mit Nageln kenne ich mich wenigstens aus. Spaß beiseite. Ähm. Blut am Boden. Toter Vogel. Ich weiß ja auch nicht, das ist auch ein komischer Typ, der tote Vögel sammelt. Exit, okay. Was das damit auf sich hat, weiß ich nicht. Okay. Boah, eine Blutspur und... Boah. Ah, verdammt. Die Papierschneider. Jetzt geht's rund. Jetzt werden keine Gefangenen gemacht, jetzt wird drauf gemetzelt. Woher hatten wir jetzt den Schlüssel? Kann man das jetzt bitte anerklären? Und irgendwo hätten wir doch jetzt hier müssen einen Vorschlaghammer finden. Ah-ha. Ah. Der steht hier. Ich gehe jetzt schön wieder meinen Papierschneider holen. Bei der hier macht zwar mehr Schaden, aber... Der ist schnell. Kann gut blocken. Das ist eigentlich eine ideale Waffe. Boah. Also ich glaube, je seltsamer, die das aussehen wird... Je kleiner und flinker die werden, umso brutaler werden die, weil... Es ist eine Sache, so aggressiv zu werden... Eine ganz andere Sache, Menschen zu essen. Das ist der Torturer. Das ist der Torturer. Das ist der Torturer. Die habe ich mal alle drei... Aber mir vorzüglichst... Ähm... Zur Strecke gebracht. So, wir haben den Torturer gesehen. Und ist er weg. Toilettenräume. Gibt es in Amerika keine Türen an Toilettenräumen? Klasse. Lose-lips-sink-chips. Eine Schrotflinte. Good timing. Just walked in. Start sending data when ready. Processing. This may take a few. Human tissue. Color, adipose deposits, and adjacent facial hair stubble indicate that these are human lips and facial skin. Also, I run the faculty list. The gym teacher at your location during Carl Anderson's tenure was a man by the name of Samuel Tibbetts. And before you ask, yes, Tibbetts medical records provided his blood type. It's a match with the facial tissue. So, das ist zwar kein Beweis, dass er das war. Aber. Jetzt dann doch recht wahrscheinlich. Ich weiß nicht, sollten wir die Waffe jetzt holen? Und. Oh nein, sie hat nur zwei Schuss. Ne, dann. Dann holen wir den Papierschneider. Wir haben ja noch unsere. Das war klar. Der hat viel ausgehalten. Muss man ihn jetzt neidlos anerkennen? Wir gehen hier entlang. Denn da speichern wir, lösen wir auch sowas aus. Da hab ich ihn noch gesehen. Hossa. Das war dabei besser Funktion, als ich gedacht habe. Aber der Torturer haut uns schon wieder ab. Mhm. Zugesperrt. Das war klar. Einen Moment. Muss ich ganz kurz im Auge reiben. Och. Ich hab heute so Körnchen im Auge. Das ist unglaublich. Ähm. Das ist alles nicht. Wie hoch kommen wir nicht. Das ist schon. Wir sind also schon den richtigen Weg gegangen. So. Nur wohin jetzt? Da. Die Tür ist zu. Ach. Scheiße. Oder eben noch einer. Zwei Schuss. Das reicht ja nie im Leben. Hier ist die Entfernung zu kriegen. Oh. Zwei Schuss. Das bringt ja auch nichts weiter. So. Okay. Ja. Mal gut umschauen. Findet sich vielleicht noch... Sowas. Jawohl. Wo bin ich mich jetzt? Bloß jetzt... In seiner Kiste kommen wir nicht durch. Ach, dass der Weg... Woher kommen sind. Ist okay. Okay. Die Sporthalle. Ich hab doch gewusst, dass von hinten was kommt. Der Schatten. Ein toter Vogel. Trotzdem bleibt ein Schatten immer ein Schatten. Ich meine, wir wissen ja noch nicht alles, was alles Einbildung und... Ratten. Dabei hatten wir ihn schon fast. Das ist ja hier ein schönes, richtiges Schlachthaus. Das ist ja hier ein schönes, richtiges Schlachthaus. Um reinzugehen. Um reinzugehen. So. Rollt ja aus. Jawohl. Jawohl. Waren wir den Torturer getötet? Und jetzt? Und nun? Ich speichere mich mal ab. Ich bin nämlich gerade überfragt. Ist hier die Tür zu? Hätte ich den jetzt gar nicht töten dürfen? War ich jetzt zu gut? Ist hier eine Masse? So? Ich weiß nicht, was ich jetzt hier tun soll. Ich leck mich doch fett. Der hatte mich jetzt durchaus überrascht. War das jetzt schon der Torturer? Haben wir es schon? Wartet mal ganz kurz. Ich muss ganz kurz mal gucken, wo trete ich denn noch mal? Steuerung, Tastatur. Treten ist leer, okay. Okay. Sind wir unten in der Sporthalle? Okay. Oh, da ist ein Arm dran. Okay. Okay. Ich bringe doch gleich nach unten und hole uns das Vieh ja noch. Wo wir diesen langen Gang entlang laufen. Komm, beeil dich doch. Geh doch schneller hoch. Jetzt muss man hier was zumachen können. Okay. Ich habe eigentlich aber jetzt nichts Interessantes gefunden. Ich weiß gerade nicht, wo ich hingehen soll. Ich weiß nur, dass die Folge gleich zu Ende ist. Ähm, Polzenbrett aufnehmen. Dann gehen wir mal hoch. Ich will Mr. Tibbets eigentlich gar nicht finden. Ich habe mich Angst davor, was ich finde, wenn ich Mr. Tibbets finde. Klasse. Wer zur Hölle ist das? Wir haben doch jetzt uns hier liegen sehen, oder? Ich weiß nicht, was ich bin. Woah! Okay, ich habe auch noch keinen Gegner tot getreten. So, ein alternativer, cooler Weg rein. Er ist in einem Spinn, das wissen wir jetzt. Und an dieser Stelle beenden wir diese Folge. Und beginnen gleich mit Folge 3, ach 3, mit Folge 10 hier auf Twitch. Und ja, für all die, die Sie jetzt auch gerade auf YouTube sehen, Folge 10 kommt dann morgen am Donnerstag um 20 Uhr. Immer montags, mittwochs und donnerstags 20 Uhr, Let's Play Retro, Condemned Criminal Origins. War erst langer Titel, die Rubrik nennt sich Let's Play Retro, das Spiel ist Condemned Criminal Origins. Ähm, ja, aber wer es bis dahin geschaut hat, der wird es glaube ich auch sowieso kapiert haben. Also dann, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Replika 666. Und da habe ich das kleine Lass in der Wand. Und da habe ich das денег. Und da habe ich die Klappen. Und da habe ich die Klappen. Was ist das?